Ich habe nie ein Vorbild gehabt und auch nie eins wollen. Ich habe immer nur ich selber sein wollen und habe immer nur so geschrieben, wie ich selber gedacht habe. Das ist ein Land, eine Insel, die ich daheim mache. Das ist die Atmosphäre der Stadt, der Hafen, das Meer, was ich brauche, zum Arbeiten. Arbeiten kann ich nur dort, wo es mir klimatisch zuträglich ist und hier habe ich beides. Die Möglichkeit, meine Lunge zu versorgen und mit meinem Hirn zu machen, was dem auch entspricht, was damit zu machen ist. Und meine Aufgabe vor mir selber und vor niemandem anderen ist, irgendwie was zu Wege zu bringen aus dem Kopf. Und das heißt, Bücher zu schreiben oder halt Sätze aneinander zu reinen Gedanken. Und die kommen hier halt besser als oben. Nichts, wenn es mir in Österreich den Häusch zuschnürt, dann fahre ich halt da herunter und das ist ideal. Und dann ist für die Arbeit immer am allerwichtigsten, für mich jedenfalls, jeder ist ja anders, in einem Land zu sein, wo man die Sprache nicht versteht. Weil man ununterbrochen das Gefühl hat, die Leute sagen nur angenehme Dinge und reden eigentlich nur wichtige philosophische Sachen. Und wenn man bei uns die Sprache versteht, dann hat man das Gefühl, sie reden nur lauter Schmarrn. Und so wird der Schmarrn in Spanien für mich philosophisch. Im Grund schreibe ich ja nur aus dem Grund, weil vieles unangenehm ist. Und wenn alles angenehm wäre, könnte ich ja wahrscheinlich überhaupt nichts schreiben. Würde niemand schreiben. Aus einem angenehmen Zustand heraus kann man ja nicht schreiben. Außerdem wäre man blöd, wenn man schreiben würde, wenn es angenehm wäre, weil man sich ja dem Angenehmen hingeben soll, nicht? Das muss man ja ausnützen. Und wenn Sie in angenehmer Stimmung sind und sich an den Schreibtisch setzen, zerstören Sie sich ja die angenehme Stimmung. Und warum soll ich mir die zerstören? Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr ganzes Leben nur in angenehmer Stimmung lebt und überhaupt nichts schreibt. Aber da es eben, wie gesagt, eine angenehme Stimmung nur stundenweise oder nur kurze Zeit gibt, kommt man immer wieder zum Schreiben. Und die Wut gegen die Mitmenschen braucht man sich auch nicht sagen, weil sie einem ja die meiste Zeit lästig sind. Wenn man im Kaffeehaus ist und es ist sehr angenehm, muss man am Ende zahlen und im Grunde hat man dadurch schon eine gewisse Wut, nicht? Weil warum eigentlich? Und wenn man über die Straßen geht, kommt ein Auto und man hat eine Wut, nicht? Warum kommt ausgerechnet, wenn ich jetzt drüber gehe, das Auto? Auch um die Wut brauchen Sie sich auch nicht zu sagen. Die kommt. Und momentan habe ich überhaupt keine Wut. Das ist schon unheimlich, weil keine Wut in Sicht ist. Was haben Sie momentan? Plätschert nur ein äußerstes Wohlbefinden, muss ich sagen. Wasser plätschert, die Sonne scheint. Laut der Spanier und Engländer, die man nicht versteht. Eine ideale Konstellation, aber sie wird nicht lange andauern. Auf einmal fährt wieder irgendein Blitz in das Ganze hinein und zerstört alles. Es gibt eine völlig normale Einstellung zum Leben, wie alle anderen normalen Menschen auch wahrscheinlich. Die ist nicht nur negativ, aber sie ist eben auch nicht nur positiv. Denn man begegnet ja ununterbrochen allem. Das macht ja das Leben aus. Nur negativ, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja Blödsinn. Aber es gibt sicher Leute, die wollen das halt so sehen. Es ist ja sehr bequem, dass man sagt, der ist ein Narr. Und zeitlebens ist er ein Narr. Der wird immer nur als Narr bezeichnet, bis er stirbt. Und der andere ist ein lyrisch exaltierter Schriftsteller von seinen 20er Jahren an. Und die bleibt er dann auch, bis er stirbt. Und davon gehen die Kritiker und die Leute, mit denen man zu tun hat, überhaupt nicht mehr ab. Und einer schreibt irgendeine Kasperlade. Ob blöd oder nicht, ist ja wieder eine andere Frage oder gar keine Frage. Und der bleibt lebenslänglicher Kasperl. Und ich bin wahrscheinlich lebenslänglich der negative Schriftsteller. Aber ich muss sagen, ich fühle mich in der Rolle ganz wohl, weil es mich gar nicht irritiert. Weil die Leute sagen, ich bin ein negativer Schriftsteller und ich bin aber gleichzeitig ein positiver Mensch. Also kann mir ja nichts passieren, nicht? Oder? Ist es ein gefährlicher Zustand? Ich weiß nicht. Das Scherzmaterial ist ja immer das, was notwendig ist. Wo ein Mangel ist. Irgendeine geistige oder körperliche Verkrüppelung. Man lacht ja über einen Spaßmacher, der völlig normal ist, lacht ja kein Mensch. Sondern der muss hinken oder einäugig sein oder jeden dritten Schritt hinfallen oder sein Arsch explodiert und schießt er Kerzen heraus oder was. Darüber lachen die Leute. Immer über Mängel und über fürchterliche Gebrechen. Über was anderes hat ja noch nie jemand gelacht. Oder wenn irgendeine alte Großmutter auf der Bühne sich jeden dritten Satz wiederholt und alle Augenblicke sagt, mein Ein-Ei-Zwilling oder irgend sowas, dann lachen die Leute. Aber über völlig normal, sogenanntes Normales hat ja noch nie jemand auf der Welt gelacht. Und selbst lachen tut man auch nur, wenn man sich einzwickt oder was, lacht man hell auf. Wenn meine Großmutter sich an der Herdplatten verbrennt hat, habe ich wahnsinnig gelacht. Und wenn das wochenlang nicht war, war er wochenlang nicht lachen im Haus. Das war eigentlich völlig fad. Und wenn man das zu fad war, bin ich ins Besenkammerl hinein. Da war es ein Vorhang, wo die Besen gestanden sind. Und wenn ich gewusst habe, jetzt kommt die Großmutter, habe ich die Hand herausfallen lassen, ist sie mit einem schrecklichen Schrei, also fast vom Schlag getroffen umgefallen, weil ich es erschreckt habe, als Kind, weil man langweilig war. Aber es sind immer Gebrechen und Entsetzen. Wollen Sie die Leute zum Lachen bringen? Nein, aber das kommt ja von selbst, da war ich mich gar nicht sehr bemühen. Ich lache ja manchmal selber sehr auf, denke ich mir, naja, das ist eigentlich zum Lachen. Aber manchmal empfinden die Leute, wo ich laut auflache, schon während dem Schreiben. Oder auch wenn ich es nachher beim Korrekturlesen lache ich ja laut auf. Die finden das überhaupt nicht zum Lachen, das verstehe ich eigentlich nicht. Wenn man Frost liest zum Beispiel, ich habe ja immer schon Material zum Lachen geliefert. Das ist eigentlich alle Augenblick hellauf zum Lachen. Aber ich weiß nicht, haben die Leute keinen Humor oder was? Ich weiß es nicht. Mich hat es immer zum Lachen gebracht. Bringt mich auch heute noch. Wenn man fad ist oder es ist irgendwie eine tragische Periode, schlage ich ein eigenes Buch von mir aus, bringt mich noch am ehesten zum Lachen. Oder verstehen Sie das nicht? Dass das so ist. Ich meine, das sagt nicht, dass ich auch ernste Sätze geschrieben habe, nicht? Zwischendurch, damit die Lachsätze zusammengehalten werden. Das ist der Kitt. Das Ernste ist der Kitt für das Lachprogramm. Nur kann man natürlich auch sagen, es ist ein philosophisches Lachprogramm, das ich irgendwie aufgemacht habe vor 20 Jahren, wie ich zum Schreiben angefangen habe. Natürlich eine trockene, nur ernste Philosophie ist nicht zum Lachen. Das ist ja auch wahnsinnig fad. Aber beim Schopenhauer kann ich auch lachen. Je verbissener er ist, desto mehr ist er zum Lachen. Nur nehmen die Leute das alles tragisch ernst. Aber wie kann man jemanden ernst nehmen, der mit einem Pudel verheiratet ist? Den kann man ja von vornherein nicht ernst nehmen. Das ist ein Lachphilosoph. Das sind die großen Spaßmacher in der Geschichte. Schopenhauer, Kant, also die allerernstesten im Grunde. Da gehört der Pascal auch dazu, auf seine katholisch-mysteriös-religiöse Art. Das sind eigentlich die großen Lachphilosophen. Und die Schwächeren, die zweite Kategorie, die sind im Grunde fad, weil sie nur das wiederkeilen, was diese Spaßphilosophen vorgeschrieben haben schon.